St. Andreas, Nowen, Gebet. Gegrüßet seist und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Amen. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Gegrüßet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Gegrüßet sei und gesegnet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Gegrüßet sei und gesegnet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Gegrüßet sei und gesegnet sei und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. Gegrüßet sei und gesegnet sei und gesegnet sei und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet sei und gesegnet sei und gesegnet sei und gesegnet sei und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich Dich an und bitte Dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen durch Jesus Christus unseren Herrn und seine heiligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und zu allen Deinen Segen gib. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank.